Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Es ist Limited Edition Week hier auf meinem Kanal und ich habe eine neue Kollektion hier für euch. Ich bin ein bisschen spät auf der Party, aber wie immer, ich lasse mich nicht entgehen. Und zwar geht es heute um die neue Catrice Caviar Gouche Limited Edition. Ich habe alle Produkte einmal gekauft und wir werden daraus hoffentlich einen wunderschönen Look schminken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Des Weiteren habe ich noch ein Produkt, was ich noch mit euch benutzen möchte, denn das, Freunde, könnte vielen von euch gefallen, die den Hatice Schmidt Bronzer feiern. Es geht nämlich um einen neuen von Love und wir werden den gleich so ein bisschen vergleichen. Aber ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Falls es hier im Hintergrund rauschen hört, nein, ich bin leider nicht am Meer. Ich bin leider nicht... Weiß ich nicht, wo rauscht es denn noch? ...an der Autobahn. Mein Computer hat sich gerade dazu entschieden, etwas zu verarbeiten und ich würde gerne wissen was. Hoffentlich kriege ich das mit der Musik im Hintergrund so ein bisschen erledigt. Aber ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es richtig gut. Meine Augen... ...sehen aus wie gestern, weil das Video es am selben Tag gedreht. Aber lasst euch davon nicht verunsichern. Et geht weg. Und wenn nicht... ...es geht weg. Okay, Freunde. Catrice hatte vor einem Jahr, vor zwei Jahren schon mal eine Limited Edition mit Caviar Gauche rausgebracht. Und die Sachen sind damals so ein bisschen in mir vorbeigegangen, außer ein Highlighter. Und der war ja wirklich krass. Der war so krass beliebt, dass Catrice den nochmal selber rausgebracht hat in einer eigenen LE. Das ist jetzt hier der Beyond Highlighter, More Than Glow Highlighter in der Farbe Beyond Golden Glow. Von der Textur her fantastisch, also super metallisch. Es gibt eine Lidschattenpalette, es gibt zwei Lipgloss. Ich glaube, es gab sogar Nagellacke. Die habe ich nicht mitgenommen. Ein Pinsel und ein Highlighter. Und wir werden das Ganze heute ausprobieren. Ihr seht schon, ich habe schon ein bisschen was im Gesicht. Ich muss auch wieder so ein bisschen vorsichtig sein mit meinen Augen. Wir werden also keine Mascara benutzen. Ich bin so ein bisschen vorsichtiger. Aber ich glaube, wir kriegen es trotzdem hin, dass das Make-up sehr, sehr schön aussehen wird. Ohne Mascara. Und manche von euch können vielleicht auch keine Mascara tragen. Deswegen ist das, glaube ich, einfach eine gute Sache. Und ich möchte, dass ihr die Videos rechtzeitig bekommt und nicht erst drei Wochen zu spät. Die Limited Edition war auf jeden Fall noch vollständig bei mir. Und wenn bei mir noch was ist, dann ist es in vielen Dingen auch noch da. Ansonsten verlinke ich euch die Produkte online. Die gibt es ja auch bei Cosmetik Verlässt teilweise. Immer zum guten Preis. Okay, womit fangen wir an? Womit hören wir auf? Ich glaube, erst mal ein bisschen Lippenpflege. Okay, ich sehe so ein bisschen blass aus. Liegt aber daran, dass ich einfach noch kein Bronzer anhabe. Und mein Hintergrund die Farbe meines Halses hat. Das sieht dann immer so ein bisschen verrückt aus. Soll ich euch den Bronzer jetzt schon zeigen? Ne, wartet mal. Doch, komm, das ist unfair. Eigentlich so. Ja, bleib bis zum Ende dran. Tut mir den Gefallen. Ich zeige euch jetzt den Bronzer, wenn ihr das Video wirklich bis zum Ende anschaut. Okay, es geht nämlich um einen Bronzer von Love. Und Love hat eine Kooperation mit Lu, Luisa, weiß ich nicht. Kannte sie leider nicht. Aber sie hat ein sehr schönes Insta-Profil. Und das ist dieses Schätzchen hier. Das hat ein wunderschönes Packaging. So würde mein Bronzer auch aussehen, wenn ich einen Bronzer rausbringen würde. Und das ist eher so ein Konturpuder. Es gibt dazu passend sogar einen Pinsel. Ich habe ihn schon ausprobiert. Die Sachen sind online bei Love, soweit ich weiß, ausverkauft. Aber ich habe gehört, dass sie auch zu Kosmetikverlässt kommen. Sollten sie schon da sein, gebe ich euch unten in der Infobox Bescheid. Und ich habe ihn auch verglichen mit dem Hattitsche Bronzer. Sie sind zu 98% ähnlich. Der ist ein Müh-Kühler als der von Hattie. Eignet sich dadurch natürlich aber auch sehr gut zum Konturieren. Wir tragen ihn jetzt einmal auf. Ich benutze hier den Pinsel von Lu. Der ist sehr, sehr hochwertig. Ist Aluminium und die Bürstchen sind gut. Er nimmt gut Produkt auf. Ich klopfe also einmal ab. Und dann setzen wir uns das hier hin. Also zum Konturieren ist der Pinsel gut. Und ihr seht sofort die Farbe. Also auch hier vor allen Dingen an meiner Nase. Da kann ich das, glaube ich, ganz gut zeigen. Der ist schon nicht warm. Also das ist schon eher ein Konturprodukt. Aber das war ja das Schöne bei dem Hattie Bronzer. Den haben wir ja auch so viele deswegen gemocht. Weil er so ein bisschen kühler war. Und ich finde jetzt nicht, dass der jetzt extrem kühl ist. Sondern das ist ein sehr, 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 sehr schöner Bronzer und Konturton. Also falls ihr den Hattie Bronzer geliebt habt, könnte das auf jeden Fall eine gute Option für euch sein. Wir gehen jetzt nochmal so ein bisschen an meine 20 Finger Stirn. Ich nehme einen großen, fluffigen Pinsel. Und ihr seht schon. Also der hat eine leichte Deckkraft. Der ist schon pigmentiert, aber nicht so, dass es unangenehm ist. Also er ist, ich will niemandem zu nahe treten, aber er ist sehr, sehr ähnlich mit dem von Hattie. Und ich persönlich finde es nicht schlimm, weil gut für uns, gut für mich, gut für euch, dass wir eine gute Alternative haben. Ich mag die Farbe sehr, sehr gerne. Sie gefällt mir extrem gut. Tolles Produkt. Ist natürlich Love-preisig. Also das sind jetzt keine 3 Euro, sondern ich glaube es sind 16 Euro. Aber es ist ein gutes Produkt. Solide. Solide ist auch so eine ganz langweilige Produktbeschreibung. Egal. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Kaviar Gouche, um wieder zu Catrice zurückzukommen, hat einen Pinsel rausgebracht und einen Highlighter. Und wir sind jetzt mal Maxim Giacomo mutig und benutzen den Pinsel. Damit kann man bestimmt auch gut Foundation auftragen. So ein bisschen grobflächiger. Erinnert mich ein bisschen an den von Fenty Beauty, wenn ich ehrlich bin. Aber fühlt sich gut an. Haare sind schön weich. Sind da sehr, sehr viele Haare. Und passend dazu gibt es einen Highlighter. Ich habe jetzt die Farbe Glow Couture. Ultrafeines Highlighting-Puder mit lichtreflektierenden Pigmenten für ein schimmerndes Finish. Schimmernd ist groß geschrieben. Heißt für mich also, dass es eher so ein bisschen grobglitzriger ist. Habe ich kein Problem mit. Ich swatche ihn euch einmal ganz kurz. Das Pressing und das Design ist übrigens wieder wunderschön. Wir haben hier eine Goldverpackung und Goldglitzer. Das ist auch so ein bisschen dreidimensional. Und innen ist es Silber. Und der Highlighter an sich ist so ein bisschen Rosé-Gold. Das könnte gut als Blush-Liter funktionieren. Ich gehe einfach mal rein. Sieht aber doch recht kühl aus jetzt. Ja, hat so einen ganz leichten Rosé-Touch. Seht ihr das? Wenn ich es so halte, dann funktioniert es gut. Und so ist es natürlich sehr blendend. Ich trage damit jetzt vielleicht doch nicht Highlighter auf. Ich nehme einfach einen Highlighter-Pinsel von Laetitia. Gehe hier rein. Er ist sehr weich auch wieder. Also das ist schon... Man kann reindrücken und dann hat man wieder so einen leichten Fingerabdruck drin. Und das dasste ich mir erst mal hier so ein bisschen über meine Wange. Und ihr seht sofort einen Effekt. Also für mich ist es gerade richtig. Es dürfte nicht heller sein. Ansonsten habe ich hier wie so einen Streifen. Aber es ist schon ein sehr, sehr schöner Effekt. Und ich finde, er sieht jetzt auch gar nicht so künstlich aus. Ich weiß, viele Leute mögen es nicht, wenn der Highlighter so ein Balken ist. So eine Dubai-Landebahn, so wie ich sie gerne mag. So wie der Highlighter von vorgestern. Das war der von der Rivaldi Loop. Rivaldi Loves Me Limited Edition. Fantastisch. Ich habe ihn geliebt. Ich liebe ihn immer noch. Der ist eher so ein bisschen erwachsener. Man kann ihn großflächig aufbauen. Und hat dann ein sehr schönes Ergebnis. Doch, gefällt mir gut. Aber er ist nicht so intensiv wie der aus der ersten Limited Edition. Aber das wäre auch doof, wenn sie ihn einfach nochmal rausbringen. Freunde, seid ihr bereit für die Lidschattenpalette? Denn das, Schätzchen, ist wunderschön. Also, das ist richtig hochwertig gemacht. Das hat designmäßig definitiv nichts mehr mit Drogerie zu tun. Ich finde aber generell, dass man das nicht mehr sagen kann. Und das muss ich mir selber erst so ein bisschen angewöhnen. Dass die Drogerie von diesem Billig-Make-up schon lange weg ist. Das ist sehr, sehr schwer. Wir haben hier auch so ein dreidimensionales Edelstein-Muster. Und man spürt das auch. Also, das ist rau. Also, man kann sich da schon... Please don't kill me, Catrice. Das fühlt sich so ein bisschen an. Wie diese Bimssteine. So, wenn die Füße sehr trocken sind. That's it. Sieht aber gut aus. Also, ich finde das ist... Ich mag es, wenn etwas Haptik hat. Deswegen haben wir auch meine Palette mit Catrice. Ist auch so ein bisschen wie bei mir. So ein bisschen dreidimensional, dass man das Ganze fühlt. Ich mag das ganz gerne. In der Lidschattenpalette sind neun Farben drin. Wir haben einen sehr großen Spiegel. Ich habe die Folie jetzt noch drauf gelassen, dass es nicht ganz so reflektiert, wenn ich es euch zeige. Ein... Zwei-seitig-matte Töne. Drei-seitig-matte Töne. Vier vielleicht. Und zwei von diesen Glitzer-Metallic-Tönen. Ihr wisst, ich trage sie... Aha. Ah, okay. Ich trage die nicht auf meine Augen auf. Aber ich zeige sie euch jetzt mal im Vergleich. Das ist das, was ich meinte mit, wenn Glitzer die Basis gut ist. Ich swatche euch einmal kurz. Hm. Schaut euch das mal an. Erinnert ihr euch an das Video von vorgestern oder gestern? Die Lidschatten von Rival de Loup? Ja? Rival loves me? Da waren ja auch so Glitzer-Töne mit drin. Und ich swatche euch jetzt mal im Vergleich den silbernen Ton hier. Also, das ist... Seht ihr das? Hier ist Catrice und das hier ist der von Rival loves me. Das ist kein Vergleich. Die würde ich mir auch persönlich auf die Augen geben, weil ich weiß, das hält. Man kann damit schöne Effekte erzielen, für Silvester vielleicht. Ich persönlich finde, das sieht immer so ein bisschen... Ich will nicht mehr mit dem Sonat treten. Ich finde, dieses Extremglitzer ist immer entweder sehr artistisch oder sehr... Ja, billig klingt immer so abwertend. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich mag es... Ich persönlich mag es nicht, wenn so Extremglitzer mit drin ist. Aber qualitativ wesentlich besser als das von Rival de Loup. Ja, oder... Mein Gott, Rival loves me heißt es mittlerweile. Okay. Ich würde aber was Schönes schminken. Ich mag die Farben sehr gerne. Die sind sehr neutral, sehr... Hi, mein Name ist Kim Kardashian. Ich trage sehr, sehr viel Make-up, aber man soll es nicht sehen. Kaviar Grosch ist aber auch eine Brand, die... Die steht jetzt nicht für Neonfarben. Also, da hätte ich auch jetzt nichts anderes erwartet. Wir probieren es aber mal aus und ich hole euch dafür ein Stückchen näher ran. Ich glaube, so könnt ihr alles ganz gut sehen. Es tut mir total leid mit meinen Augen, ne, Freunde? Aber ich kann nichts dafür. Aber es geht bald weg, versprochen. Ich wurde übrigens jetzt auch ganz oft gefragt, ob das weh tut. Es tut nicht weh. Ich spüre das nicht. Es ist einfach wie, wenn so ein Äderchen geplatzt ist. Okay. Das ist die Palette. Wir schminken jetzt als erstes. Ah. Ich muss mal kurz swatchen, weil diese Farben hier sind so ein bisschen seidig... Oh, sie sind cremig. Die sind jetzt so ein bisschen seidig aus. Tolle Farbe. Könnte ich mir... Uh. Ja. Das sind schöne Blashtöne. Oh. Stopp. Ich gehe jetzt mal in beide Farben hier mit rein. Die sind sehr pigmentiert. Ich klopfe ab. Uh. Seht ihr das? Süß. Okay. Schöne Blushfarben. Schön. Also seht ihr, habt ihr noch ein Blush mit drin? Toll. I stand. Okay. Also die fallen jetzt so ein bisschen raus. Die haben nämlich so einen leichten Schimmer mit drin. Ich gehe als erstes in diese Farbe hier. Ich habe so ein bisschen Lidschatten Base schon drauf gehabt. Also die ist jetzt so ein bisschen gesettet. Ihr seht das. Und die setze ich mir direkt hier in meine Lidfalter. Das wird halt jetzt ein sehr, sehr neutraler Look. Also so ein Nude Look. Mag ich ja persönlich ganz gerne. Aber sehr schön ausgeblendet möchte ich den haben. Hier so ein bisschen weiter raus. Von der Farbe eher so ein bisschen ins Rosane rein. Oh. Schön. Sehr soft. Also das ist jetzt wirklich nur ein Transition Shade. Oder um eine Farbe auszublenden. Aber ich glaube durch diese Glitzertöne kann man dann halt alles so ein bisschen rausreißen. Also die Farben sollen glaube ich auch eher so ein bisschen das Ganze nur umrahmen. Tun sie. Süß. Ja. Ist eine softe Farbe. Ich verdunkel das Ganze so ein bisschen mit dem Braun hier unten. Die haben fast gar kein Kickback. Ich swirl halt nur, damit ich wirklich viel Pigment drin habe. Und das setze ich mir auch noch hier mit hin und verdunkel das Ganze schon mal. Aber ihr seht schon. Also es funktioniert. Das ist halt eine sehr natürliche Palette. Aber halt diese Glitzer Shades mit drin. Ich hätte vielleicht noch einen Schwarz da drin gerne gehabt. Oder ein ganz dunkles Braun. Aber gut. Das ist nicht meine Palette. Aber sie lassen sich sehr gut verblenden. Ich finde die Textur ist auch nochmal eine andere. Also die ist sehr sehr cremig. Die ist fast schon nass. Ich weiß nicht ob ihr das erkennen könnt. Aber wenn ich hier drin wische. Ja seht ihr das? Hier bei dem Ton hier. Das sieht schon fast nass aus. Das ist so mein Look für ich gehe zum Bäcker, ich gehe zum Arzt vielleicht. Aber so. Aha. Ich bin so natural today. Nehmen wir die andere Farbe noch. Geben wir uns die aufs bewegliche Lid. Dieses Lila hier. Was auch so super cremig. Aber schön. Ich habe solche hier auch nochmal geswatcht. Die ist so ein bisschen. Ja die hat auch so einen leichten Schimmer mit drin. Die setze ich mir jetzt nochmal vorsichtig. Ne. Die will ich nicht. Ich will die nicht. Ich will das heute soft haben. Ich nehme jetzt meinen Finger. Ich mache den einmal kurz auf meiner Hose sauber. Und gehe ich hier in diesen Schimmerton. Den kann ich nämlich aufs Auge tragen. Der ist sehr metallisch. Ne. Wir nehmen doch den lilanen Ton. Mit dem Finger. Und den setze ich mir hier oben einfach rauf. Für so ein bisschen Bewegung. Das ist halt so ein Haute Couture Look. Also so sehr erwachsen. Super soft. Und smoky. Eisbraun. Aber so ein bisschen modernes Nude. An meinen unteren Wirtmannkons gehe ich jetzt nochmal mit dem Braun hier. Jetzt könnte man natürlich noch einen krassen Eyeliner machen oder so. Gehe jetzt aber hier in den Schimmerton. Und setze mir den an meinen Inner Corner. Ich habe natürlich jetzt auch den langweiligsten Look gemacht, den man damit machen kann. I'm sorry. Aber ihr wisst, mit dem Glitzer im Auge ist das jetzt nicht ganz so cool. Und hier so ein bisschen unter die Braue. Sehr natürlich. Sehr soft. Und ich glaube, wenn man jetzt noch Lashes hin machen würde, wäre das Ganze krass. Ich trage mir mal kurz den Liquid Lipstick auf. Lass ihn einmal ganz kurz antrocknen. Denn es gibt zwei Lipglosse. Einmal in der Farbe Rose Spectacle. Und in der Farbe Delicate Dream. Delicate Dream ist eher so ein durchsichtiger Ton. Der hat aber so leichtes Glitzer. Die sind sehr, sehr klein. Und das Füßchen ist auch sehr klein. Wir tragen mal, glaube ich, die Farbe hier auf. Also ich finde, der ist auch eher so ein Topper. Ich kann mir den fast besser vorstellen. Seht ihr das? Ich swatche es gerade hier an meinem Fingerknochen. Das sind nämlich Volumizing Lipbooster, Freunde. Also nicht auf die Augen machen. Wir nehmen jetzt einfach diese Farbe hier. und setzen die uns hier rüber. Es kommt halt sehr wenig... Wait a second. Hold on. Das ist das Problem, wenn die so klein sind. Diese Stopper. Das ist die Menge, die ich an Lipgloss haben möchte. Okay, also es war vielleicht doch ein bisschen viel. Aber ich glaube, ihr habt gesehen, was ich gemacht habe. Ich habe diesen Stopper einmal rausgenommen, damit ich ein bisschen mehr Produkt rauskriege. Farbe, schön. Ich liebe diese Plumping Lipglosse von Catrice. Die kühlen so ein bisschen die Lippen, lassen die optisch größer wirken. Und das sieht ganz süß aus. Hier sieht es aus wie Sabber. Schön. Freunde, super erwachsen, super natürlich. Was sagt ihr? Wie findet ihr die Produkte? Habt ihr vielleicht die Produkte von letztem Mal oder von diesem Mal schon? Das würde mich interessieren, wenn ihr mir das einmal in die Kommentare schreibt. Lidschatten, gut. Sehr soft. Also das ist nichts für den klassischen Boom-Look, sondern das ist eher für die sehr... Wie heißt das Wort? Das fand ich immer so furchtbar. Sophisticated. Ist sehr sophisticated, die Palette. Was auch immer das heißt. Sehr schön. Süß. Mit einem schönen Lidschatten. Vielleicht mit den Tönen. Was ich gut finde, ist, dass man die Lidschatten auch sehr, sehr gut als Blush benutzen kann. Ich mag die Farben gerne. Highlighter top. Der Bronze, Freunde. Große Empfehlung. Denn, falls es den gibt, gönnt euch. Ihr werdet es nicht bereuen. Sehr ähnlich wie der von Hatice. Ich finde den gut. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr meinen Kanal auch gerne abonnieren. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr hier wart. Vielen Dank. lamaet. Eunice.